so meine herren und damen der sonne ich begrüße euch zur nächsten folge goes of tsushima ja ihr seht wir sind woanders nämlich ich bin einfach mal durch die gegend geritten und habe noch die letzten beiden lager gefunden die und wenn er was harr was bei so Das war's für heute. Der Murbistar ist da. Oh, oh, oh! So, grill der Hund. Oh! D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. D-d-d-d-d-d. Baruch, du mal da! Abtanut! Stirb, mein Freund! So! So! Das ist doch. Dann dürfte das Lager hier eigentlich safe sein. Jo, das Lager ist safe. Dann machen wir das Lager noch. Dann kann ich noch einen Schluck trinken. So. Dann machen wir noch das letzte Lager. Dann haben wir ganz Tsushima befreit. Dann haben wir das auch geschafft. Dann können wir nur noch ein bisschen was machen an Nebenmissionen und eine Legende. Vielleicht mache ich die Legende noch und dann läuten wir wahrscheinlich das Finale ein. Dann ist das Projekt schon abgeschlossen. Dann geht's. 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 Ja! 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 Das war's für heute. so haben wir jetzt genug lautstärke verursacht ich möchte gerne von oben irgendwie rein ja 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 Wo hast ich da irgendwo? Alter! 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 Wo ist denn der? Der Huachaboy! Da hinten! Äh stopp! Der Huachaboy! 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 ein neuer rückzugsort meisterbefreier jetzt müssen wir die ganze karte haben genauso wie ich es wollte genauso wie ich es mir vorgestellt habe ja 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 Irgendwo war noch hier ein Köcher für Pfeile, habe ich gesehen. Hier ist nur ein Köcher für Pfeilskis, aber ich habe jetzt keinen Köcher hier irgendwo mehr gesehen, doch da. So. Damit ist die gesamte Karte aufgedeckt und alle Gegenden sind befreit. Das ist natürlich mega, mega nice. So, jetzt haben wir ganz Tsushima befreit. Aber da kommt man ja nicht rein, glaube ich. Nein. Ja. Weil ich möchte mal einiges upgraden an Material, weil ich habe jetzt ja genug. Was haben wir da? Die Rüstung, okay. Moment. Der ist doch da hinten. Moment. Ja, da hinten haben wir ihn schon. Komm, sieh, was ich für dich kann, mein Herr. Moment. An excellent choice. Das ist alles, was ich dir jetzt geben kann. Moment. Nur das beste für dich. Okay. Moment. Moment. Kann ich bei dir Brandpfeil, Pfeil, Gold, Stahl, Eisen. Okay. Da haben wir alles. Wenn du mehr bringst, ist es dir. Gut. Das Hammer. Kann man noch die Rüstung schmieden. Jetzt können wir noch einige An Anrüstungen aufwerten. Okay. 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 So, jetzt sind wir wieder komplett ausgestattet, haben einiges abgegradet, aber jetzt möchte ich mal ganz kurz spicken. Oh, die Karte, die Karte, die Karte. Okay, dann haben wir es ja schon. Na, hier ist alles befreit. Dann können wir im Prinzip uns die Legende hier noch schnell reinziehen und dann gehen wir in Richtung der Legende. In der nächsten Folge, da werden wir auch langsam das Ende einläuten für dieses Projekt. Wir haben jetzt einiges an Folgen schon raus. Hors! Da oben ist er. Karte. Du bist besser auf ein bisschen warm. Wie mit dir, mein Herr. Für jetzt, mit mir mit dem Feuer, und hör auf die Geschichte dieser Mountain. Long ago, fire fell from the sky and landed atop Mount Jogaku. A lone warrior raved at the dangerous climb and found a giant rock covered in flames. He touched his sword to the fire, flames engulfed the steel, but left him unharmed. He created a new fighting style, he called the Way of the Flame. The warrior took pieces of the rock west with him to China, there he sought answers about its origin from learned monks and scholars. After months of travel and research, fire fell from the sky once more. He led the people to it, and showed them it was nothing to fear. For he believed the Way of the Flame was a gift from the heavens. And he shared its secrets with all who wished to learn. Handed down through generations, the Way of the Flame has returned to Tsushima. The Mongols wielded against our people. But rumor says the fire still burns atop Mount Jogaku. Waiting for any who can survive the climb. So you wish to know if the tale is true? Will you make the climb? Not I, my lord. I told the story to a Ronin not long ago. And he began the climb. Though I fear the cold will take him. I'll find what secret the mountain heights. Die unsterbliche Flamme. Also a holyvale tidal. But I fully believe, the downhill, the downhill and better. I will not freeze. If this weekend ends, the uphill progression. We hope you see much. Let me get on the hill. I will come follow you after fourth time. I will change my hydraulic проблем, the heights and the heights. Vielen Dank.